Bloß die Fresse. Nee Spaß, er hat sich natürlich legal erworben. Bei Steam für 64,90. Ja? Yep. Aber du bist noch gar keine 18. Schäme sie dich nicht. Sagt der Typ, der gerade kurz 2 spielt. Wir haben doch die Cut-Version, oder? Cut-Version, wenn Versionen Cut sind, dann sind sie erst recht an 18. Scheiße, hier ist ein Hakenkreuz. Haben wir doch irgendwie nicht die Cut-Version. Ja, wir haben doch irgendwie nicht die Cut-Version, ne? Schön, dass es dir gerade mal so auffällt hier. Bist du immer noch da oben? Ah! Ich habe mich mit einer eigenen Granate verletzt. Wo bist du? Ja, rate mal, gell? Wo bist du? Gerade eben habe ich dich rumlaufen hören. Ich habe dich auch gerade eben kurz gesehen. Du Arschloch! In der Leiche liegen, ne? Du Wichser! Ich hätte mich nur kurz hingelegt. Nein, liegt nicht mehr drin. Schön, dass du es erkannt hast. Jetzt aus dem Winkel, aus dem ich geschossen habe, und dem Punkt, wo die Leiche ist, könntest du den Winkel berechnen, wo ich bin. Warum stehe ich einfach nicht auf den Radar? Du bist eben da hinten. Ja, ne, ist klar. Ach, in einem komischen Buster. Ja, komm, raus. Du bist ein Arschloch. Wie er im Buche steht, wirklich. 45, 29, ich sollte mal ein bisschen ranklotzen. Wir haben noch acht Minuten. Ah, jetzt trifft es echt nichts, oder? Nicht, ich treffe irgendwie wirklich nichts heute. Ja, geil, jetzt bist du wieder blockiert. Boah, fuck, kannst du knicken, kannst du knicken, kannst du knicken, kannst du knicken. Nein! Ich kann mich gar nicht ansehen. Was willst du, was willst du? Okay, okay, muss ich mir ansehen, ehrlich gesagt. Ey, das ist... Jetzt hast du bestimmt meine, wie heißt denn das Ding, MP genommen, oder? Nee. Nee! Du bist echt behindert, wieso kommst du nicht auf die Idee? Hä? Die MP ist scheiße. Aber wenn du mal in den Nahkampf musst, so wie jetzt... Dafür habe ich meine Fäuste und ich kann auch mit der Sniper schießen, ohne zu zählen. Dann hole ich mir jetzt die MP. Kein Problem. Schön, dass du jetzt auf die Idee kommst. Wo liegen die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Gerade eben war die noch hier, da, hier, nee, nee, wo ist die? Die Hälfte der Stöcke, die hier rumliegen, sehen aus wie MPs. Lass deinen Kopf nicht so rausschauen, okay? Du mutterficker. Und wie ist das Wetter? Arschloch! Ich habe mich kommen sehen. Das Wetter ist scheiße, siehst du doch, es schneit. Schon so gar nicht, bei mir schneit es nicht. Ähm... Ich lebe nur online. Es gibt kein Real Life, es gibt nur AFK. Real Life. Es gibt kein Real Life, es gibt... Wer als letztes lacht hat, den höchsten Pink. Ja, ne, ne, ist klar. Noch drei Punkte und sind nicht wieder durch. Wir haben nur fünf Minuten. Müssen wir irgendwie in die Länge ziehen. Komm, wir machen so Slow-Mo. Nur noch kriechen. Okay. Warum campen wir einfach nicht durch? Weil das langweilig ist. So mit kriechen sieht das so schön Slow-Mo aus. Wir müssen auch ganz langsam reden. Ich wusste gar nicht, dass du da bist, wirklich. Ich habe einfach nur geworfen. Hallo, Griechen! Du kriegst doch nicht, oder? Allah? Ich habe gesagt, Griechen. Ich habe nicht gedacht, dass du das ernst meinst. Oh, wie du meinst. Komm, hier, leck mich. Was? Warum leck das so? Warum tötest du mich? Warum schaffst du es, mich umzubringen? In den letzten Minuten laufe ich immer zur Höchstform auf. Komm, hier. God. Mode. Campst du wieder oben? Ja, nein. Ja, du kommst hoch. Ich höre dich. Shit. Du hast gesagt, campst du wieder oben? Da bin ich gerade runtergesprungen. Wirklich. Faszinierend. Wayne interessiert's. Und? Wie ist dein Kopf so? Verdammt. Aspirin-Tablettern. Oh, ohne zu erzählen. Okay, jetzt bin ich mal ganz. Zeit. Ey, warum... Warum werde ich auf dem... Auf dem anderen in der Karte gespawnt? Ja, gell. MG geht nicht so weit. Ja, gell, gell. Du Arschloch. Huhn. So Kind. Oh, fuck. Noch einen Frag, dann hast du mich. Lass doch mal nachladen, Alter. Kann es sein, dass ich dich immer beim Nachladen erwische? Immer. Ja, es kann nicht nur sein, das ist sogar so. Friss das. Nein, ich bin voll... Was? Denn das bitte. Ja, Leute, ihr habt's gesehen, das 50 Abonnenten-Special. Und Baisen gewinnt zufällig mit 50 Kills. Schön. Wir sehen uns dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Ich will mich nochmal bedanken. Baisen hat auch noch ein Schlusswort, hat er mir gesagt. Hab ich nicht. Tschüss. Go, ciao. Bis dann irgendwann. Toad. on. ic